Freundinnen und Freunde der Astrologie, der Sommer der Liebe beginnt. Und es gibt noch mehr wichtige Trends im Juni, die unser Leben verändern können. Aber diesmal versprechen die Sterne deutlich mehr Spaß. Mehr dazu und wie sich das für euer Sternzeichen auswirkt, erfahrt ihr in diesem Video und Podcast. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast mit den kosmischen Tendenzen für den Juni 2023. Ihr könnt mithilfe der Timecodes direkt zu eurem Sternzeichen gelangen und die findet ihr in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes unter dem Horoskope-Shop. Aber ich würde euch raten, hier noch ein bisschen weiter zu schauen, denn nun erfahrt ihr die wichtigsten Konstellationen des Monats und außerdem gibt es auch wieder Geschenke. Ich habe eine Verlosung und eine Gewinnerin für euch und damit wollen wir gleich anfangen. Diesen Monat verlose ich aus gegebenem Anlass ein Venus-Horoskop, denn die Venus beginnt im Juni ihren langen Transit durch den Löwen und es ist bestimmt spannend zu wissen, in welchem Lebensbereich dieser Transit für euch stattfindet. An der Verlosung nehmt ihr teil, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder auch schon abonniert habt. Aber wenn noch nicht, würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen, damit ihr kein Video mehr verpasst und auch kein Short und bitte aktiviert dabei auch unbedingt das Glückchen für die Benachrichtigung. Mehr Einzelheiten zur Verlosung und meine neuesten Termine erfahrt ihr am Ende dieses Videos im Service-Teil. Und hier ist die glückliche Gewinnerin aus der Verlosung im Mai. Ein schriftliches Geburtshoroskop als PDF gewonnen hat, Julia Gänse. Vielen Dank für dein allerliebstes Feedback. Bitte melde dich bei uns unter der hier eingeblendeten E-Mail-Adresse und dann ist dein Horoskop auch schon bald auf dem Weg zu dir. Ich glaube, an dieser Stelle ist mal ein ganz großes Dankeschön fällig. Danke, dass ihr mir schon so lange die Treue haltet und natürlich auch danke für meine neuen Abonnentinnen und Abonnenten. Ich finde, wir haben eine tolle Community miteinander aufgebaut und ich bin super happy damit. Weiter so. Jetzt wollen wir uns die wichtigen Konstellationen des Monats anschauen und da sind wieder einige spannende Sachen dabei. Wir starten in den Juni mit der Sonne in den Zwillingen. Das ist oft eine Zeit, in der es viele Partys, viel Austausch und jede Menge Chancen zur Geselligkeit und zum Flirten gibt. Also nutzt es aus und genießt das Zusammensein mit netten, witzigen Menschen. Spannend ist auch, dass Jupiter eine ganz enge Verbindung mit Schicksalsanzeiger Mondknoten eingeht. Das heißt, wir können sehr wichtigen Menschen begegnen, die unser Leben nachhaltig beeinflussen und vielleicht so eine Art Lehrerfigur für uns werden können. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich euer Seelenpartner, der jetzt euren Weg kreuzt. Achtet mal drauf, wer euch jetzt begegnet und denkt verstärkt darüber nach, ob das für eure Zukunft wichtig sein könnte. Diese besondere Seelenpartner-Konstellation hält den ganzen Juni über an. Am Sonntag, den 4. Juni, morgens um 5.41 Uhr ist Vollmond auf der Achse Zwillinge-Schütze. Das regt die Neugier und den Wissensdurst an und macht uns offen für neue Kontakte. Genau zu Vollmond verbindet sich außerdem Denkplanet Merkur mit dem erfinderischen Uranus. Merkur ist dann sozusagen der Pressesprecher von Uranus und bringt dessen geniale, aber auch chaotische Ideen in die Welt. Das ist eine Zeit für Geistesblitze und wilde Diskussionen, ist aber auch sehr gut für Humor und spielerischen Austausch. Insofern eignet sich das Vollmond-Wochenende wunderbar, um Zeit mit netten Leuten zu verbringen und sich gegenseitig zu inspirieren. Und wenn ihr allein seid und vielleicht ein Vollmond-Ritual zelebrieren wollt, könnt ihr euch natürlich auch mit den geistigen Kräften austauschen oder innerlich in den Dialog mit euren Geistführern oder Krafttieren treten. Da ist vieles möglich, denn die Kombination von Zwillinge und Schütze begünstigt auch die Arbeit mit Zaubersprüchen und Affirmationen. Das Symbol für den Schützen ist ja der Bogenschütze, der den Pfeil auf große kosmische Ziele ausrichtet. Insofern wird unser Denken erweitert. Wir dürfen in größeren Dimensionen denken und Zukunftspläne schmieden. Es gibt jedoch zu Vollmond auch einen Konfliktaspekt, und zwar zwischen Liebesgöttin Venus und dem mächtigen Pluto. Und das kann dazu führen, dass es in der Liebe zu Eifersuchtsdramen kommt. Auch emotionale Streitigkeiten ums Geld sind möglich. Wir sollten also in diesen Tagen bei Gefühlsangelegenheiten rücksichtsvoll und achtsam sein. Vorschläge, welche Themen bei euch durch diesen Vollmond angesprochen sind, findet ihr natürlich wie immer im Sternzeichen teil. Direkt am Tag nach dem Vollmond, am 5. Juni, beginnt die Venus ihren langen Transit durch den Löwen. Und weil sie dort rückläufig wird, bleibt sie insgesamt bis zum 9. Oktober in dem Feuerzeichen. Die Rückläufigkeit ist vom 23. Juli bis 4. September, da gehe ich dann noch im Juli-Video drauf ein. Aber auch jetzt im Juni ist die Venus-Konstellation schon sehr spannend. Rund um den Vollmond kann sich die Venus wie gesagt erst mal von ihrer eifersüchtigen Seite zeigen. Und noch heißer wird es, wenn sie sich ab Mitte Juni leidenschaftlich mit Mars und Lilith verbindet. Damit beginnt dann der Sommer der Liebe, den ich schon in meinem Jahrbuch beschrieben habe, und zwar so. Ich wage es, einen Sommer der Liebe vorherzusagen, den wir so schnell nicht vergessen werden, der uns aber viele Sorgen vergessen lässt. Denn wir wollen Liebe und Verbundenheit nicht nur als spirituelle große Aufgabe sehen. Wir wollen auch leidenschaftlich lieben, erotisch, spielerisch, voller Kreativität und indem wir unsere Herzen mit strahlender Energie aufladen. Damit können wir unsere körperlichen und seelischen Reserven wieder auffüllen, die in den letzten Jahren doch sehr gelitten haben. Auch Kunst, Tanz, Musik, Sport und andere kreative Events werden von dieser Energie profitieren und die Menschen begeistern. Und nicht zuletzt könnte ich mir vorstellen, dass wir dann auch endlich heißes Sommerwetter bekommen. Es geht aber nicht nur um die Liebe, sondern es geht auch um Heilung und vielleicht geht auch beides zusammen. Auch unsere Kreativität ist durch diese Konstellation stark geweckt. Das Besondere ist jetzt im Juni, dass sich zwischen Chiron und Lilith ein Energiefeld der Heilung aufbaut. Das begann schon in den letzten Mai-Tagen und es hält den ganzen Juni über an. Lilith und Chiron vertreten beide die Idee, alternative Heilmethoden oder auch der Rückbesinnung auf altes Heilwissen. Deshalb ist der ganze Juni eine tolle Zeit, um sich mit Hexenwissen und magischen und archaischen, aber auch modernen alternativen Heilmethoden zu beschäftigen. In der zweiten Monatshälfte werden sich auch Venus und Mars an dieser Konstellation beteiligen, was ihre Heilwirkung und auch ihre Faszination verstärkt. Also Heilung durch Liebe oder Liebe durch Heilung ist angesagt. Aber natürlich ist das auch für die erotische und partnerschaftliche Liebe der absolute Knaller, denn Venus, Mars und Lilith stehen für außergewöhnliche Liebeserlebnisse, Erotik, Leidenschaft und nicht zuletzt auch für die Selbstliebe. Allerdings steht diese Konstellation auch in Spannung zum unruhigen Uranus und das kann heißen, Flirts sind heftig, erweisen sich aber als Strohfeuer, man regt sich übermäßig auf wegen Kleinigkeiten oder man trennt sich spontan und bereut es später. Wir sollten deshalb sehr achtsam mit unseren Herzensmenschen umgehen, denn der Wunsch, etwas Neues, Aufregendes zu erleben, könnte zu Lasten von bestehenden Partnerschaften oder Freundschaften gehen, die man dann plötzlich als langweilig empfindet. Und das haben sie bestimmt nicht verdient. Ich denke, in diesem heißen Liebessommer, der jetzt im Juni beginnt, tun wir gut daran, sowohl die 90-Sekunden-Regel als auch die 90-Tage-Regel fleißig anzuwenden. Hier nochmal kurz zur Erinnerung. Die 90-Sekunden-Regel hilft, wenn wir uns spontan heftig aufregen und deshalb vielleicht sogar trennen wollen, um erstmal wieder runter zu kommen und in unsere Mitte zu finden. Anschließend können wir in Ruhe über die Sache nachdenken. Die 90-Tage-Regel ist eine Art Probezeit für neue Beziehungen, aber auch Geschäfte. Denn man muss immer damit rechnen, dass es nach 90 Tagen zu einem Bruch kommt. Wenn sich die Sache aber als stabil erweist und auch nach drei Monaten noch gut läuft, dürfen wir davon ausgehen, dass wir auf einem guten Weg damit sind. Nähere Infos zu diesen beiden fantastischen Regeln und Übungen findet ihr in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Es gibt aber noch was super Wichtiges im Juni, was auch eine längerfristige Bedeutung hat. Pluto, der ja seit Anfang Mai schon wieder rückläufig ist, zieht sich nämlich nochmal aus dem Wassermann zurück und zwar vom 11. Juni bis zum 20. Januar 2024. Das heißt, das Zeitfenster mit Pluto im Wassermann, sozusagen das Portal zur Zukunft, schließt sich jetzt nochmal und wir werden wieder in Richtung Vergangenheit gezogen. Es wird nun Diskussionen darum geben, wie wir all die Zukunftsentwicklungen, die sich mit Pluto im Wassermann gezeigt haben, jetzt regeln und strukturieren wollen. Das beste Beispiel dafür sind die ganzen neuen künstliche Intelligenzanwendungen, die faszinierend, aber auch ein bisschen erschreckend sind. Und jetzt wird der Ruf laut, dafür erstmal ein Regelwerk zu schaffen. Wie soll das gehen und müssen staatliche Stellen und Regierungen eingreifen, die künstliche Intelligenz zu zähmen? Das sind typische Pluto im Steinbock Fragen, die da jetzt diskutiert werden. Aber man merkt eben auch, der Ruf der Zukunft und der Luftepoche ist so stark, es gibt kein Zurück mehr und wir müssen dafür gut aufgestellt sein. Am gleichen Tag, an dem Pluto wieder in den Steinbock läuft, wechselt Merkur in die Zwillinge, was sicherlich die entsprechenden Diskussionen enorm anheizen wird. Mehr zur Luftepoche unserer neuen Zeit und der neuen Arbeitswelt erfahrt ihr auch von meinem fantastischen Kollegen Christoph Niederwieser. Ich kann euch seine Videos nur empfehlen, falls ihr sie noch nicht kennt und ich habe seinen Kanal auch in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes verlinkt. In der zweiten Monatshälfte werden Merkur und Sonne ein Energiefeld der Verwirrung zu Neptun aufbauen. Deshalb solltet ihr nicht alles glauben, was gesagt wird. Und glaubt bitte auch künstlichen Intelligenzen wie ChatGPT nicht alles. Ich habe mir das Horoskop von ChatGPT angeschaut und darin steht die Sonne ebenfalls im Verwirrungsaspekt zu Neptun. Tatsächlich erfindet ChatGPT ja auch gern Dinge, wenn es die Fakten nicht genau kennt. Das ist bekannt. Falls euch das interessiert, können wir gerne mal einen Livestream mit dem Horoskop von ChatGPT machen. Lasst mich auf meinen Social Media wissen, ob ihr darüber mehr erfahren wollt. Einstweilen verlinke ich euch einen interessanten Podcast zum Thema unten in der Videobeschreibung oder den Shownotes. Wie gesagt, wir haben also in der zweiten Monatshälfte Verwirrungs- und Täuschungsaspekte. Deswegen schaut genau hin oder spürt hinein, ob es wirklich sein kann, was man euch erzählt oder zeigt. Oft hilft der gesunde Menschenverstand und der war noch nie so wertvoll wie heute. Dieses Thema ist übrigens auch im Zwillinge-Neumond verankert. Der ist am Sonntag, den 18. Juni frühmorgens. Da haben wir gleichzeitig diese tolle, starke Heilungsenergie, die ich vorhin schon angesprochen habe, und eben auch den Illusionsaspekt zwischen Sonne und Neptun. Was machen wir nun damit? Nun, dieser Aspekt wirkt ganz stark auf die Vorstellungskraft und das wiederum ist toll für ein schönes Neumond-Ritual. Außerdem wird Saturn während der Neumond-Phase rückläufig und verlangsamt sich dadurch extrem. Deshalb wirken seine stabilisierenden Kräfte besonders stark. Er mahnt dann sozusagen auch noch mal zum Innehalten und zum Reflektieren. Und weil er in den Fischen steht, ist das auch ein Hinweis darauf, die Entwicklungen in der Welt auch von einer spirituellen Seite aus zu betrachten und einzuordnen. Gleichzeitig steht Saturn günstig zu Jupiter im Stier und ich denke, dass uns das sehr helfen wird. Wenn die beiden großen Player einträchtig zusammenarbeiten, können wir erkennen, welchen Ideen wir nachgehen sollten, was uns wirklich weiterbringt und mit welchen Themen wir eigentlich nur unsere Zeit verschwenden. Vorschläge, welche persönlichen Themen und Lebensbereiche durch den Neumond in den Zwillingen bei euch angesprochen werden, erhaltet ihr nachher im Sternzeichenteil, in den Sternzeichenhoroskopen. Der Neumond kann auch schon als Teil der Sonnenwendenergie angesehen werden und die könnt ihr natürlich auch für ein Midsommerritual nutzen. Denn nur zwei Tage nach dem Neumond am 21. Juni um genau 16.57 Uhr geht die Sonne in den Krebs und das ist der Moment der Sommersonnenwende. Kaum zu glauben, dass dann die Tage schon wieder kürzer werden, wo es doch gerade erst ein bisschen warm geworden ist. Aber zunächst merken wir das erst mal kaum. Und ich denke, der Sommer der Liebe wird so heiß, mit so vielen Chancen zu flirten, Abenteuer zu erleben und kreativ zu sein, dass wir damit wahrscheinlich vollauf beschäftigt sein werden. Zumal in den letzten Tagen die Verbindung zwischen Venus, Mars und Lilith immer enger und damit immer leidenschaftlicher wird. Und zur Sommersonnenwende steht dann auch noch die Mondin im Löwen. Das ist perfekt, um die Energie der Sonne intensiv zu zelebrieren. Einen Wermutstropfen hat die Sache jedoch, denn zum Ende des Monats hin haben wir eine starke kosmische Spannung. Vom 19. bis zum 29. Juni geht Kampfplanet Mars in den Clinch mit dem nervösen und hochenergetischen Uranus. In dieser kritischen Phase können aus dem Nichts Konflikte aufflammen. Außerdem ist dann die Verletzungsgefahr erhöht, wenn wir hektisch und unachtsam sind oder stark unter Druck stehen. Wir sollten dann Termine nicht zu eng planen. Und auch wenn wir selbst ganz locker bleiben, müssen wir damit rechnen, dass andere plötzlich ausrasten. Besonders betroffen sind die Zeichen Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann. Also falls ihr mit jemandem aus einem dieser Zeichen liiert oder befreundet seid, übt euch in Gelassenheit und versucht, eure Herzensmenschen nicht unter Druck zu setzen. Zum Glück schenkt uns der Kosmos praktisch zeitgleich einen schönen Stabilitätsaspekt von Saturn zur Sonne und daran beteiligt sich auch der Merkur, der am 27. Juni in den Krebs geht. Falls es große Verwirrung gab und Dinge geklärt werden sollten, steht das in den Tagen vom 22. bis 28. Juni unter guten Sternen. Allerdings hat Neptun, der große Illusionist, am Ende des Monats auch noch mal einen großen Auftritt. Er wird am 30. Juni rückläufig und hat dadurch vom 24. Juni bis 4. Juli eine besonders starke und wahrscheinlich ziemlich magische Wirkung. Auch das ist vermutlich wieder eine Zeit, in der viele Geschichten und Narrative in der Welt sind, von denen wir nicht recht wissen, ob wir sie glauben dürfen oder nicht. Gleichzeitig stärkt Neptun allen den Rücken, die magisch und spirituell arbeiten. Er wirkt dann sozusagen wie ein Portal zwischen der Realität und der Fantasie. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Juni und jetzt schauen wir, wie sie sich für die einzelnen Sternzeichen und Aszendenten auswirken. Seht euch ruhig auch das Zeichen eures Aszendenten an und schaut mal, mit welchen Inhalten ihr eine besondere Resonanz verspürt. Wir beginnen wie immer mit den Widergeborenen und Wideraszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Widergeborenen und Wideraszendenten. Ihr habt im Juni sehr interessante Konstellationen für die Liebe, da ist sogar eine Heilung möglich und ihr bekommt eine geballte Ladung an kreativen Kräften. Das schauen wir uns gleich näher an und zwar nach dieser Info. In eurem ausführlichen Monatshoroskop deute ich liebevoll die kosmischen Tendenzen eures Sternzeichens und des Aszendenten. Weitere Einblicke in die kosmischen Einflüsse auf eure Planeten wie den Mond findet ihr in einem persönlichen Horoskop als Beratung oder als PDF. Angesichts des neuen mächtigen Venus-Transits lade ich euch zum Venus-Horoskop ein, um zu erfahren, welche Gaben die Göttin der Liebe und des Wohlstands für euch hat. Alle meine Horoskop-Angebote warten auf meiner Homepage und die verlinke ich hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ihr habt allen Grund, gut gelaunt in den Juni zu starten. Euer Herrscher Mars im Löwen macht euch stark und weckt in euch die Abenteuerlust und den Sportsgeist. Der Vollmond am Sonntag, den 4. Juni in den Zeichen Schütze und Zwillinge steht super günstig zur Widdersonne. Am besten ihr sorgt dafür, dass ihr an diesem Wochenende Zeit habt, etwas Schönes und Lustiges mit netten Leuten zu unternehmen. Auch ein Kurztrip, vielleicht um Freunde zu besuchen oder einfach mal ein spontaner Ausflug würde sich dazu anbieten. Wenn ihr in den letzten Tagen des Widderzeichens Geburtstag habt, könnten sich von Juni bis zum Jahresende noch mal Probleme mit Machtkämpfen in der Karriere fortsetzen oder erneut aufflackern. Auch in eurem Privatleben könnte es Konflikte darum geben, wer das Sagen hat. Achtet darauf, dass ihr in eurem Handeln integer bleibt und besteht darauf, dass andere, mit denen ihr arbeitet oder lebt, ebenso transparent sind. Davon abgesehen, und das gilt jetzt für alle Widdergeborenen, habt ihr Mars auf eurer Seite. Das heißt, ihr seid tüchtig, produktiv und könnt euch gut durchsetzen und gegen die Konkurrenz behaupten. Am 5. Juni beginnt die Venus ihren langen Transit durch den Löwen bis zum 4. September und dabei aktiviert sie eure Liebeslust und auch eure Selbstliebe. Jetzt im Juni geht sie eine wunderbare Verbindung mit heiler Chiron ein, der bei euch im Zeichen steht. Dadurch können euch Liebeserlebnisse auf angenehme Weise unter die Haut gehen und euch tief berühren. Ihr habt sogar die Chance, durch die Liebe seelische Heilung zu erfahren. Eine heiße Liebesaffäre kann euer Selbstwertgefühl, eure Vitalität und eure Lebensfreude aufbauen. Vielleicht ist es sogar mehr als das. Vielleicht trefft ihr euren Seelenpartner. Wenn ihr schon in einer Beziehung seid, entdeckt ihr miteinander neue Dimensionen der Erotik, die eure Beziehung gut tun und euch tiefer verbinden. Ihr bekommt nun auch die Chance, euch auch selbst mehr zu lieben, zum Beispiel durch die Arbeit mit dem inneren Kind. Falls ihr Kinder habt, können diese euch im Herzen berühren und heilsame Gefühle in euch erwecken. Es ist eine Zeit, um euer Herz zu öffnen und das Leben selbst zu lieben. Diese tolle Phase geht bis zum 24. Juni. Während dieser Zeit haben wir dann auch den Neumond in den Zwillingen am 18. Juni und der steht sehr günstig zu euch. Die Konstellation ist ideal, falls ihr spirituell arbeitet und ein schönes Ritual durchführen wollt. Denn nun fallen euch die richtigen Affirmationen oder sogar Zaubersprüche ein, um die Magie des Kosmos in eure Vorhaben zu lenken. Oder ihr meditiert einfach und bittet um Eingebungen. Euer Unterbewusstsein kann sich rund um diesen Neumond besonders gut mitteilen. Ihr solltet auch ein Traumtagebuch bereitlegen, falls ihr Botschaften im Traum empfangt. Mit der Sommersonnenwende am 21. Juni geht die Sonne ins Zeichen Krebs und aktiviert dann für vier Wochen den Heimatbereich eures Horoskops. Die günstigen Konstellationen für alle spirituellen Wiedergeborenen halten an und unterstützen euch auch für ein schönes Sonnenwendritual oder zum Beispiel, falls ihr euch ein Hausaltar zulegen wollt. Auch finanziell stehen eure Sterne in den letzten zehn Tagen des Monats sehr gut, zumindest für die Geborenen der ersten Dekade. Ihr könnt eure Finanzen konsolidieren oder dürft mit einer Zuwendung seitens der Familie rechnen. Oder ihr kauft euch vielleicht was Schönes für euer gemeinsames Heim. Diejenigen der dritten Dekade müssen dagegen aufpassen, dass sie nicht riskant spekulieren oder sich finanziell für Vergnügen oder Hobbys verausgaben. Und plündert auch bitte nicht eure Kontokarte, um jemanden zu beeindrucken, mit dem ihr eine Liebelei angefangen habt. Das habt ihr gar nicht nötig, denn eure Ausstrahlung ist auf natürliche Weise faszinierend. Das waren eure Tendenzen im Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Aszendenten. Wie fühlt es sich an, Wohltäter Jupiter im eigenen Zeichen zu haben? Die Aprilstiere müssten bereits was merken. Wie es für euch alle aussieht, das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch eine wichtige Info für euch. In eurem ausführlichen Monatshoroskop deute ich liebevoll die kosmischen Tendenzen eures Sternzeichens und des Aszendenten. Weitere Einblicke in die kosmischen Einflüsse auf eure Planeten, wie den Mond, findet ihr in einem persönlichen Horoskop, als Beratung oder als PDF. Angesichts des neuen mächtigen Venus-Transits lade ich euch zum Venus-Horoskop ein, um zu erfahren, welche Gaben die Göttin der Liebe und des Wohlstands für euch hat. Alle meine Horoskop-Angebote warten auf meiner Homepage und die verlinke ich hier und in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Im Juni blüht euer soziales Leben weiterhin und die Singles unter euch können diesen Monat sogar einen Seelenpartner treffen. Für einige Stiergeborene sind die kosmischen Energien allerdings auch ziemlich anstrengend, weil so vieles auf einmal auf sie einstürmt. Aufregungen und Chancen. Wichtig ist, dass ihr euch sortiert und euch einen guten Plan macht, beziehungsweise dem Plan folgt, den ihr habt. Am stabilsten läuft es für die Aprilstiere. Ihr seid mit euch selbst im Reinen und bekommt auch gute Unterstützung, sei es durch Freunde und Bekannte oder auch im Team und in eurem beruflichen Netzwerk. Und ihr habt auch noch die besten Flirtsterne und könnt ganz tolle Leute kennenlernen. Nur bitte in den Tagen rund um den Vollmond am 4. Juni nicht fremd flirten. Es liegen Eifersuchtsdramen in der Luft. Die Stiergeborenen der zweiten und dritten Dekade haben unruhigere Tendenzen. Bei euch zu Hause ist viel los, sei es, dass eure Kinder oder auch eure Nachbarn laute Feten feiern oder dass ihr ein Projekt in der Wohnung angefangen habt, was ein bisschen aus dem Ruder läuft. Vielleicht ist auch jemand Neues bei euch eingezogen oder ihr wollt umziehen. Möglich auch, dass ihr netten Leuten alle möglichen Dinge zugesagt habt und jetzt feststellt, dass ihr damit doch überfordert seid. Oder ihr selbst überlegt euch Dinge wieder anders und findet einfach nicht in euren Rhythmus. Die 90-Sekunden-Regel kann euch helfen, um wieder runterzukommen und in der inneren Mitte zu bleiben. Mehr Infos findet ihr dazu in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Außerdem empfehle ich euch auch sportlichen Ausgleich, um eure innere Nervosität abzubauen. Und lasst die Menschen, die euch wichtig sind, wissen, was läuft. Denn enttäuschte Erwartungen können den Druck noch erhöhen. Ein Gutes hat diese unruhige Phase jedoch. Ihr habt tolle Ideen, die euch auch beruflich nutzen können. Haltet deswegen Smartphone oder Notizbuch bereit, um eure Geistesblitze zu notieren, damit sie nicht untergehen. Der Vollmond am 4. Juni im Schützen kann diese Eingebungen verstärken. Falls ihr nicht schlafen könnt oder eine Meditation macht, stellt euch einfach vor, wie euch jetzt die Lösung für alle Probleme mühelos in den Schoß fällt. Am 5. Juni beginnt die Venus ihren langen Transit durch den Löwen und aktiviert bis in den Oktober hinein euer Zuhause und euer Heimatgefühl. Gut möglich, dass nun zusätzlich zu der allgemeinen Unruhe bei euch zu Hause auch noch netter Besuch auf der Matte steht. Wisst ihr was? Entspannt euch. Die Menschen erwarten nicht, dass alles perfekt ist. Wahrscheinlich helfen sie euch sogar gerne. Und falls ihr in den allerletzten Tagen des Stierzeichens geboren seid, gibt es gute Nachrichten. Ihr bekommt vom 11. Juni an für den Rest des Jahres kosmische Unterstützung durch Pluto. Besonders, falls ihr eine wichtige Reise geplant habt oder eine berufliche Weiterbildung anstrebt. Für alle Stiergeborenen gilt, ihr könnt mit spiritueller oder schamanischer Arbeit sehr viel für euch tun und auch heilsame Erkenntnisse haben, wenn ihr ins Vertrauen geht und die Kräfte des Kosmos um Hilfe und Unterstützung bittet. Dafür könnt ihr den Neumond in den Zwillingen am 18. Juni nutzen oder auch ein persönliches Ritual zur Sommersonnenwende am 21. Juni durchführen. Das ist dann auch eine Energiewende für euch, denn die Sonne geht dann in den Krebs, gefolgt vom Merkur am 27. Juni und das stärkt euch den Rücken. Dann wird es leichter, euch zu sortieren und ihr seid in einem guten Austausch mit eurem Umfeld. Achtung bitte nur zwischen dem 19. und dem 29. Juni, da ist die Verletzungsgefahr erhöht, wenn ihr hektisch und unachtsam werdet. Das gilt besonders für die Geborenen der dritten Dekade. Bleibt euch treu und vertraut auf das eigene Tempo, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das waren eure Tendenzen im Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Juni Geburtstag habt. Tatsächlich eignen sich die beiden Wochenenden vom Vollmond und vom Neumond ganz wunderbar, falls ihr eine Geburtstagsparty feiern wollt. Eure Tendenzen schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch diese Info. In eurem ausführlichen Monatshoroskop deutlich liebevoll die kosmischen Tendenzen eures Sternzeichens und des Aszendenten. Weitere Einblicke in die kosmischen Einflüsse auf eure Planeten wie den Mond findet ihr in einem persönlichen Horoskop als Beratung oder als PDF. Angesichts des neuen mächtigen Venus-Transits lade ich euch zum Venus-Horoskop ein, um zu erfahren, welche Gaben die Göttin der Liebe und des Wohlstands für euch bereithält. Oder ihr wünscht euch zum Geburtstag eine Jahresvorschau. Darin erfahrt ihr die großen Themen für euer neues Lebensjahr und wie euer Geburtstagshoroskop aussieht. Alle meine Horoskopangebote warten auf meiner Homepage und die verlinke ich hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Juni wird intensiv und leidenschaftlich. Das werdet ihr vor allem in eurer Kommunikation und in euren Gesprächen mit anderen merken. Selten könnt ihr Menschen so mit euren Worten begeistern wie jetzt, aber redet euch nicht um Kopf und Kragen. Eure Gedanken sind schnell und eure Worte sind es auch, aber seid ein bisschen achtsamer als sonst mit dem, was ihr im Eifer des Gefechts so von euch gebt. Zu Beginn des neuen Monats haben wir gleich am 4. Juni den Vollmond in eurem Partnerhaus Schütze und damit geht es um euch und eure Beziehungen zu euren Herzensmenschen. Neben Liebespartnern sind hier genauso auch eure engsten Freunde und ganz wichtige Kollegen gemeint. Liebeserklärungen gehen euch jetzt super leicht über die Lippen. Wann habt ihr eurer besten Freundin zum Beispiel zum letzten Mal gesagt, wie lieb ihr sie habt. Wenn ihr im Juni Geburtstag feiert, müsst ihr allerdings rund um den Vollmond ein bisschen aufpassen, dass es kein Drama auf eurer Party gibt. Ihr seid in flirty Stimmung und könntet schnell über das Ziel hinaus schießen. Festliierte Zwillinge sollten aufpassen, dass sie bei ihrem Schatz keine Eifersucht provozieren. Ansonsten ist aber ein super Partywochenende. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, dann seid ihr auf Dating-Apps und auf sozialen Events bestens aufgehoben. Ihr könnt euch vor Interessenten kaum retten. Einen Tag nach dem Vollmond am 5. Juni wechselt Liebesgöttin Venus in den Löwen und wird hier bis in den Oktober hineinbleiben. Sie verleiht euren Worten und Gedanken viel Hingabe. Die Venus kümmert sich aber nicht nur um die Liebe, sondern auch um das Liebegeld. Ab dem 17. Juni steht sie für vier Wochen super günstig für euch, um wichtige berufliche und finanzielle Gespräche zu führen. Ihr seid sehr überzeugend und sprecht mit großer Leidenschaft über die Projekte, die euch am Herzen liegen. Das solltet ihr im Job ausnutzen, um Kollegen oder Vorgesetzte von euren Vorhaben zu begeistern. Gleichzeitig könnt ihr übrigens auch als Rednerinnen oder Trainer hervorstechen, falls ihr in diesem Bereich arbeitet. Macht Planet Pluto wechselt am 11. Juni für das restliche Jahr zurück in den Steinbock. Wie habt ihr die letzten drei Monate empfunden? Vielleicht hattet ihr eine tolle Idee für eine Weiterbildung oder einen Lehrgang und es wird jetzt doch erstmal nichts draus? Macht überhaupt nichts. Die Grundzüge eurer neuen Ausrichtung sind bereits gelegt und gehen jetzt quasi nochmal in die Revision, um zu reifen und sich zu entwickeln. Wenn das neue Jahr anbricht und der mächtige Transformator Pluto erneut in den Wassermann wechselt, dann sind auch eure Ideen reif und ihr könnt sie endgültig in die Welt bringen. Der Neumond in eurem Zeichen am 18. Juni ist der wichtigste für euch im ganzen Jahr, denn hier legt ihr den Samen für die nächsten zwölf Monate. Welche Themen wollt ihr angehen? In eurer Neumond-Meditation solltet ihr euch ganz darauf konzentrieren, wie ihr euch euer neues Lebensjahr vorstellt. Vielleicht schreibt ihr eurem Zukunfts-Ich zum nächsten Geburtstag einen Brief? Welche Herzensprojekte wollt ihr umsetzen und was wünscht ihr euch für euch selbst? Den Brief könnt ihr dann versiegelt zur Seite legen und am nächsten Jahr an eurem Geburtstag wieder öffnen. Schreibt in den leidenschaftlichsten und buntesten Farben. Kein Wunsch ist zu groß. Zur Sommersonnenwende am 21. Juni wechselt die Sonne in euer Nachbarzeichen Krebs. Die leidenschaftliche, intensive Energie des Monats hat jetzt einen Höhepunkt und könnte euch triggern, gerade mit finanziellen Themen oder wenn es um euren Selbstwert geht. Seid liebevoll mit euch selbst und kümmert euch um euer inneres Kind. Vor euch liegt ein neues Lebensjahr voller Magie und Abenteuer. Das waren eure Tendenzen für den Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Juni Geburtstag habt. Feurige und leidenschaftliche Wochen stehen euch bevor, die euren Selbstwert zu ganz neuen Höhen pushen können. Doch bevor wir uns das genauer anschauen, habe ich noch eine Info für euch. In eurem ausführlichen Monatshoroskop deute ich liebevoll die kosmischen Tendenzen eures Sternzeichens und des Aszendenten. Weitere Einblicke in die kosmischen Einflüsse auf eure Planeten, wie den Mond, findet ihr in einem persönlichen Horoskop als Beratung oder als PDF. Angesichts des neuen mächtigen Venus-Transits lade ich euch zum Venus-Horoskop ein, um zu erfahren, welche Gaben die Göttin der Liebe und des Wohlstands für euch bereithält. Oder ihr wünscht euch zum Geburtstag eine Jahresvorschau. Darin erfahrt ihr die großen Themen für euer neues Lebensjahr und wie euer Geburtstagshoroskop aussieht. Alle meine Horoskopangebote warten auf meiner Homepage und die verlinke ich hier und in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Der neue Monat beginnt für euch mit toller Ausstrahlung und viel Charisma. Deswegen wäre auch ein echter Tipp der Sterne, besonders wichtige Termine und Verabredungen gleich bis zum 5. Juni abzuhalten. Egal ob Dates, offizielle Termine oder Geschäftspartner, kaum jemand kann sich eurem Charme entziehen. Am 4. Juni haben wir den Vollmond im feurigen Zeichen Schütze, der bei euch den Bereich des Alltags und der Gesundheit aktiviert. Das könnt ihr euch unruhig machen und da habe ich einen Tipp. Geht raus und treibt Sport oder probiert exotische und scharfe Gerichte zum Essen aus, wenn ihr es vertragt. Am nächsten Tag wechselt Liebesgöttin Venus in euer Nachbarzeichen Löwe und wird hier bis in den Oktober hinein bleiben. Weil sie über diesen langen Zeitraum euren Selbstwert, aber auch Themen rund ums Geld, Genuss und Sinnlichkeit aktiviert, stehen euch prickelnde Wochen bevor. Venus im Löwen verhilft euch dazu, euer Selbstwertgefühl zu verbessern und auch mutiger im Bereich von Investitionen zu handeln. Allerdings müsst ihr mit dem Geld vorsichtig sein, wenn die Venus rückläufig wird. Das ist aber erst Ende Juli der Fall. Der Sommer wird auf jeden Fall leidenschaftlich und ihr werdet sicher die eine oder andere Liebesüberraschung erleben. Der mystische Pluto wechselt am 11. Juni zurück in den Steinbock und aktiviert nochmal bis zum Jahresende euer Partnerhaus. Wie habt ihr die letzten drei Monate erlebt? Hat sich in eurem zwischenmenschlichen Beziehungen viel getan? Falls es mit euren Seelenpartnern noch etwas zu klären oder aufzulösen gibt, wird sich das in den kommenden Monaten zeigen. Und dann ist euer Beziehungsbereich sozusagen fertig transformiert und wird sich mit einer neuen Energie entfalten. Der Neumond im Zeichen Zwillinge am 18. Juni läutet den Abschluss eures astrologischen Jahres ein, denn kurz danach beginnt das neue Jahr für die Krebse. Ihr könntet deshalb den Neumond nutzen, um über das zu reflektieren, was hinter euch liegt und was ihr daraus für die Zukunft lernen könnt. Eure Träume werden möglicherweise sehr intensiv und wichtige Traumbotschaften können sich zeigen. In einer Neumond-Meditation könnt ihr auch um kosmische Eingebungen bitten und solltet anschließend tatsächlich darauf achten, ob sich bestimmte Signale oder Symbole, die dazu passen, in eurem Umfeld zeigen. Ihr könnt praktisch mit dem Kosmos ins Gespräch kommen. Die Sommersonnenwende am 21. Juni ist ja auch der Wechsel der Sonne in euer Zeichen und das ist dieses Jahr um genau 16.57 Uhr und das werdet ihr hoffentlich schön zelebrieren können. Samstag der 24. Da könnt ihr zum Beispiel eine Geburtstagsparty machen. Da verbindet sich die Monde mit Jupiter sehr schön, um Freunde zu bewirten und um großzügige Geschenke zu bekommen. In den Wochen nach der Sonnenwende bildet Liebesgöttin Venus ausgesprochen leidenschaftliche Aspekte. Weil sich das bei euch im Finanzhaus abspielt, könntet ihr sehr emotional auf Geldthemen reagieren. Versucht einen kühlen Kopf zu bewahren und in eurer Mitte zu bleiben. Wenn euer Umfeld zu hitzig werden sollte, könnt ihr für Ausgleich sorgen. Zieht euch auf jeden Fall nicht in euer Schneckenhaus zurück, wenn es Probleme gibt, sondern steht für euch und eure Bedürfnisse ein. Die nächsten vier Wochen stärken die Sterne eure Vitalität und Lebenskraft und ihr steht häufig im Mittelpunkt. Aber nicht nur privat, auch beruflich kommt ihr gut voran. Am 27. Juni tritt Merkur, der Herr der Kommunikation, in euer Zeichen ein und das bringt euch eine günstige Phase für eure Finanzen und auch alle Geldthemen. Checkt euer Portfolio und kümmert euch um eure Steuererklärung. Die Energie ist in diesen Tagen bestens dafür geeignet. Oder ihr genießt einfach den Sommer und lasst euch zu eurem Geburtstag feiern, wie ihr es verdient habt. Das waren eure Tendenzen für den Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fantastischen Löwegeborenen und Löweaszendenten. Der Sommer der Liebe beginnt jetzt, denn Liebesgöttin Venus tritt ihre lange Reise durch euer Zeichen an. Doch bevor wir uns das genauer anschauen, habe ich noch eine wichtige Info für euch. In eurem ausführlichen Monatshoroskop deute ich liebevoll die kosmischen Tendenzen eures Sternzeichens und des Aszendenten. Weitere Einblicke in die kosmischen Einflüsse auf eure Planeten, wie den Mond, findet ihr in einem persönlichen Horoskop als Beratung oder als PDF. Angesichts des neuen mächtigen Venus-Transits lade ich euch zum Venus-Horoskop ein, um zu erfahren, welche Gaben die Göttin der Liebe und des Wohlstands für euch hat. Alle meine Horoskop-Angebote warten auf meiner Homepage und die verlinke ich hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die Sonne steht Anfang Juni super günstig im Bereich eurer Freundschaften und sozialen Beziehungen. Ihr seid gesellig und sprüht nur so vor Fröhlichkeit und das ist erst der Anfang. Wahrscheinlich habt ihr einen vollen Terminkalender und tanzt von einer Veranstaltung zur nächsten. Genießt es. Auch in beruflicher Hinsicht habt ihr jetzt den Mut, neue Wege zu gehen. Falls ihr euch mit eurer Karriere oder Berufung schon länger in einem Reifeprozess befindet, ist jetzt der passende Zeitpunkt gekommen, um Entscheidungen öffentlich zu machen. Der Vollmond am 4. Juni findet im Zeichen Schütze statt und diese Energie läutet für euch den Beginn der für euch besten Zeit des Jahres ein. Am nächsten Tag tritt nämlich Liebesgöttin Venus in euer Zeichen ein und wird hier im Juli dann auch rückläufig. Deshalb wird sie insgesamt bis Oktober im Löwen bleiben und in eurem Leben für viel Wirbel sorgen. Dabei trifft sie sich auch mit dem leidenschaftlichen Mars und der wilden Lilith. Vor allem in der Liebe finanziell und auch hinsichtlich eurer eigenen Persönlichkeit kann euch das mega euphorisch machen. Es könnte eine Herausforderung für euch werden, euer Temperament im Zaum zu halten, vor allem im Juni. Achtet darauf, euch nicht durch zu großen Übermut oder Leichtsinn zu verletzen oder unüberlegte Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, indem ihr euer Geld mit vollen Händen ausgebt oder in der Liebe verrückte Dinge tut, die andere verletzen könnten. Wenn ihr einen Löwe-Ascendenten habt, dann geht es um euren Selbstausdruck, wie ihr auf die Welt zugeht und welche Rolle ihr in euren Beziehungen spielt. Und da könntet ihr ganz schön stürmisch werden. Und wenn ihr Sternzeichen-Löwe seid, wird euer Herz und euer ganzes Selbst von der kosmischen Feuerenergie erfasst. Das macht euch super kreativ, aber passt auf, dass ihr nicht zu Ego gezogen werdet. Am 11. Juni wechselt Pluto zurück in den Steinbock und verlässt bis Jahresende euer Partnerhaus. Das bemerken vor allem die Juli-Löwen. Wie haben sich eure Beziehungen in den letzten drei Monaten entwickelt? Habt ihr faszinierende Menschen kennengelernt? Sind eure Partnerschaften intensiver geworden? Hier kann es in den kommenden Monaten wieder ruhiger werden, ehe Pluto 2024 endgültig in den Wassermann geht. Am 18. Juni haben wir dann den Neumond im luftigen Zeichen Zwillinge. In einer Neumond-Meditation könntet ihr zum Beispiel darüber nachdenken, wie ihr euer soziales Umfeld unterstützen und euren Freunden helfen könnt. Venus und Mars machen euch charmant und zugleich mutig. Das könnte euch anregen, andere zu begeistern, euch für spannende soziale Projekte einzusetzen oder eure Freunde zu unterstützen. Eure Löwe-Energie liebt das ja, eure Lieblingsmenschen zu fördern und anzuspornen. Ihr habt ein offenes Ohr für jeden, der euren Rat sucht. Es tut euch super gut, wenn ihr für euren Einsatz bewundert und respektiert werdet. Da schnurrt ihr dann nur so vor lauter Zufriedenheit. Die Sommersonnenwende am 21. Juni und der Wechsel der Sonne in das Wasserzeichen Krebs sollten euch eigentlich wieder ein bisschen abkühlen. Aber der triebhafte Mars und Liebesgöttin Venus verbinden sich ein paar Tage später mit der wilden Lilith in eurem Zeichen. Das heißt, eure Leidenschaft und Kreativität sind weiterhin groß. Es gibt aber eine heikle Phase vom 19. bis 29. Juni, da ist die Verletzungsgefahr erhöht, wenn ihr hektisch und unachtsam handelt. Außerdem lauft ihr Gefahr, andere vor den Kopf zu stoßen, sowohl in privaten als auch geschäftlichen Beziehungen. Jetzt ist es wichtig, nicht egoistisch zu handeln. Der Mars könnte euch etwas rücksichtslos machen. Achtet gut darauf, nicht nur eure eigenen Bedürfnisse im Auge zu haben, denn sonst wenden sich die Leute womöglich von euch ab und ihr müsst euch sehr anstrengen, um das wieder gut zu machen. Lasst lieber euren Charme umstrahlen. Achtet auf eure Worte und seid lieb zu den Menschen, die euch nahestehen. Dann wird alles gut. Das waren eure Tendenzen für den Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Wie die fleißigen Bienchen summt ihr freudig durch eure Büros, Praxen und andere Wirkungsstätten und schafft mal wieder so viel, das andere nur ungläubig den Kopf schütteln. Bevor wir uns eure tolle Energie genauer ansehen, habe ich noch einen Tipp für euch. In eurem ausführlichen Monatshoroskop deute ich liebevoll die kosmischen Tendenzen eures Sternzeichens und des Aszendenten. Weitere Einblicke in die kosmischen Einflüsse auf eure Planeten wie den Mond findet ihr in einem persönlichen Horoskop, als Beratung oder als PDF. Angesichts des neuen mächtigen Venus-Transits lade ich euch zum Venus-Horoskop ein, um zu erfahren, welche Gaben die Göttin der Liebe und des Wohlstands für euch hat. Alle meine Horoskop-Angebote warten auf meiner Homepage und die verlinke ich hier und in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Die Sonne steht in den Zwillingen und damit in eurem Lebensbereich für Karriere und Berufung. Wenn ihr bereits den richtigen Weg für euch gefunden habt, dann läuft es jetzt wie geschmiert. Präsentationen und Veranstaltungen gehen euch mühelos von der Hand und ihr seid sehr produktiv. Ihr könntet nun auch neue Karrierewege gehen oder euch vielleicht in einem bestimmten Gebiet spezialisieren. Am 4. Juni findet am frühen Morgen der Vollmond im feurigen Zeichen Schütze statt und könnte euch eine stressige Phase zwischen eurer Familie und eurem Berufsweg bringen. Alle wollen etwas von euch, zumindest eure Aufmerksamkeit und das nervt. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen und behaltet einen kühlen Kopf. Einen Tag später haben wir den wichtigen Wechsel von Liebesgöttin Venus in das feurige Zeichen Löwe, wo sie insgesamt aufgrund ihrer Rückläufigkeit bis Oktober bleibt. In dieser langen Phase wird es hitzig werden und die Leidenschaft ist groß, aber auch das Ego von vielen wird sich deutlicher zeigen als sonst. Bei euch aktiviert der Venustransit in den kommenden Monaten den Bereich der Spiritualität und der Träume. Es ist also gut möglich, dass ihr wild träumt und Traumbotschaften, Visionen oder Eingebungen erhaltet. Neben der Venus befinden sich auch Kampfplanet Mars und die wilde Göttin Lilith im Löwen und ihr seid die einzigen im Tierkreis, die diese Energie absorbieren und auch ein Stück weit neutralisieren können. Vielleicht spürt ihr zum Beispiel bei einer zickigen Kollegin, die besonders viel Aufhebens um ihre Arbeit macht, plötzlich die Unsicherheit, die hinter dem aufgeblähten Ego steckt. Ich habe schon oft erlebt, dass Jungfrauen mit ihrer feinfühligen Art schnell hinter so eine Fassade blicken können. In dieser Hinsicht werdet ihr jetzt besonders hellsichtig. Heilung von alten Verletzungen könnte jetzt auch ein Thema werden, das sich in den nächsten Wochen für euch zeigt. Egal, ob es darum geht, dass ihr etwas in euch heilt, zum Beispiel in eurer Ahnengeschichte oder dass ihr andere Menschen auf dem Weg der Heilung begleitet. Und wenn ihr spirituell arbeitet, habt ihr eine ergiebige Phase bis Oktober vor euch, in der euch Venus und Lilith als innere Schamanin zur Verfügung stehen. Am 11. Juni wechselt Pluto für den Rest des Jahres zurück in den Steinbock und zieht sich aus eurem Haus der Gesundheit und der Alltagsgestaltung wieder zurück. Wenn ihr in den letzten Tagen des Jungfrau-Zeichens Geburtstag habt, wird euch der Machtplanet in den kommenden Monaten nochmal unterstützen. Ihr könnt eure Befugnisse erweitern, große Projekte erfolgreich abschließen oder euch mit einflussreichen Menschen zusammentun. Außerdem ergibt sich nun ein günstiges Zeitfenster bis zum 26. Juni, um mit eurem Kommunikationstalent in der Arbeit Punkte zu machen. Vielleicht fahrt ihr auf eine Messe oder ihr haltet eine Rede. Egal, worum es geht, ergreift die Chance, euch im besten Licht darzustellen, denn rhetorisch seid ihr dann besonders stark. Am 18. Juni haben wir dann den Neumond im luftigen Zeichen Zwillinge und der lenkt die Energie erneut in eure Karriere und Berufung. Vielleicht seid ihr da schon auf einem guten Weg, vielleicht seid ihr auch noch auf der Suche. Auf jeden Fall könntet ihr in der Neumond-Meditation euren Geist auf Reisen schicken, um auf die Suche nach eurem Lebenssinn zu gehen. Alles, was euch glücklich macht und sich leicht anfühlt, ist richtig für euch. Die Sommersonnenwende am 21. Juni richtet dann den Fokus weg von eurer Arbeit und hin zu eurem zwischenwendlichen Bereich. Die Sonne und ab dem 27. Juni auch Kommunikationsplanet Merkur befinden sich dann im Krebs in eurem Freundschaftshaus. Sie laden euch ein, lauschige Abende mit tollen Gesprächen mit euren Freunden zu verbringen oder euch in einem Verein zu engagieren. Und auch euer berufliches Netzwerk wird davon profitieren. Das waren eure Tendenzen für den Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Vagegeborenen und Vage-Ascendenten. Ihr gehört zu den Gewinnern des langen Venus-Transits durch den Löwen. Freut euch auf viele Einladungen, tolle Partys und kreative Impulse. Das schauen wir uns gleich näher an, und zwar nach dieser Info. In eurem ausführlichen Monatshoroskop deute ich liebevoll die kosmischen Tendenzen eures Sternzeichens und des Aszendenten. Weitere Einblicke in die kosmischen Einflüsse auf eure Planeten, wie den Mond, findet ihr in einem persönlichen Horoskop, als Beratung oder als PDF. Angesichts des neuen, mächtigen Venus-Transits lade ich euch zum Venus-Horoskop ein, um zu erfahren, welche Gaben die Göttin der Liebe und des Wohlstands für euch hat. Alle meine Horoskop-Angebote warten auf meiner Homepage, und die verlinke ich hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die ersten Juni-Tage können noch ein bisschen hektisch sein, vor allem in euren festen Beziehungen oder auch wenn es um finanzielle Verbindlichkeiten geht. Versucht in der Hinsicht nicht zu sprunghaft zu sein. Die Leute, die mit euch zu tun haben, wüssten gerne, woran sie sind. Und nehmt euch übers Wochenende vom 3. und 4. Juni auch möglichst keine Arbeit mit nach Hause. Genießt lieber den Vollmond im Schützen in der Nacht auf Sonntag, der steht nämlich super günstig für euch. Vielleicht bekommt ihr spontan Besuch oder entschließt euch, eine spannende Einladung anzunehmen, auch wenn ihr dafür eine Reise unternehmen müsst. Direkt nach diesem Vollmond beginnt die Venus am 5. Juni ihren langen Transit durch den Löwen und dann habt ihr ein Liebeshighlight, das sich bis weit in den Juli hineinzieht. Die Venus aktiviert nämlich euer Freundschaftshaus, wo auch schon Mars und Lilith stehen. Und das bedeutet, nun beginnt eine sprühende Zeit mit wunderbaren Kontakten, Events und Erfolgen in euren Social Media. Freundschaften mit höchst interessanten Menschen können sich ergeben und falls ihr euch gesellschaftlich oder politisch engagiert, erlebt ihr nun aufregende Zusammenkünfte mit spannenden Leuten. Allerdings braucht ihr dafür auch viel Zeit und Freiraum oder Partner an eurer Seite, mit denen ihr die gesellschaftlichen Highlights gemeinsam genießen könnt. Für die Singles unter euch ist das eine prächtige Zeit, um neue Flirts anzufangen. Ihr bekommt bestimmt viele Einladungen, geht unbedingt hin. Einige von euch, besonders die vage Aszendenten, kämpfen damit, dass der Partner gesundheitliche Probleme hat. Das könnte jetzt im Juni eine positive Richtung nehmen. Heilung steht in den Sternen. Vielleicht bekommt ihr besondere Unterstützung durch Freunde, die euch eine gute Therapie oder Heiler empfehlen. Oder auch ganz konkret etwas Arbeit abnehmen, sodass ihr euch ein bisschen entspannen könnt. Wenn ihr in den letzten Tagen des Vagezeichens Geburtstag habt, kann euch Krisenplanet Pluto nochmal zu schaffen machen, und zwar von Mitte Juni bis Dezember. Er kann eine Krise beispielsweise in der Familie, eventuell aber auch beruflich anzeigen. Und dann müsst ihr alles andere hinten anstellen und euch der Angelegenheit widmen. Davon abgesehen dürfte es beruflich gut laufen, vor allem wenn ihr viel mit Menschen zu tun habt, also zum Beispiel im Verkauf tätig seid oder in der Gastro arbeitet oder in den sozialen Medien aktiv seid. Auch die Kreativen unter euch haben einen super guten Lauf. Günstig stehen die Sterne außerdem für alle Vagegeborenen, die therapeutisch arbeiten. Ihr kommt jetzt mit euren Patientinnen und Klienten sehr gut voran und sie sind super dankbar. Der Neumond in den Zwillingen am 18. Juni aktiviert euer Fernweh und er ist günstig, um über eure Reisepläne für den Urlaub nachzudenken. Vielleicht auch gemeinsam mit euren Lieben. Ihr könnt aber auch generell gut Pläne machen, etwa für neue berufliche Konzepte oder für eure persönliche Weiterentwicklung. Kurz darauf, am 21. Juni ist auch schon Sommersonnenwende und die Sonne geht ins Zeichen Krebs. Sie aktiviert dann für vier Wochen den Karrierebereich eures Horoskops. Deshalb seid nicht traurig, falls ihr jetzt keinen Urlaub habt, denn das kann für euch eine sehr produktive Zeit werden. Egal ob beruflich oder privat, in den letzten zehn Tagen des Monats dürftet ihr super inspiriert sein und Lust haben, euch mit spannenden Leuten auf interessante Projekte einzulassen. Und für die Liebe kann das heißen, dass ihr experimentierfreudig und offen seid, zum Beispiel für Freundschaft-Plus-Momente. Die Sterne sind so heiß, dass bei den festliierten Wagen auch schon mal die Treue getestet werden könnte, und zwar besonders bei den Geborenen der dritten Dekade. Vielleicht nehmt ihr das zum Anlass, zu schauen, was in eurer Beziehung geändert oder geheilt werden könnte. Die übrigen Vagegeborenen wissen genau, wo sie hingehören und ziehen mit ihrem Schatz an einem Strang. Das waren eure Tendenzen im Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr magischen Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Der Juni läutet eine super wichtige Phase in euren Partnerschaften und eurer Karriere ein, die vielleicht euer Leben verändern wird. Doch bevor wir uns das genauer anschauen, habe ich noch diesen Tipp für euch. In eurem ausführlichen Monatshoroskop deute ich liebevoll die kosmischen Tendenzen eures Sternzeichens und des Aszendenten. Weitere Einblicke in die kosmischen Einflüsse auf eure Planeten, wie den Mond, findet ihr in einem persönlichen Horoskop, als Beratung oder als PDF. Angesichts des neuen, mächtigen Venus-Transits, lade ich euch zum Venus-Horoskop ein, um zu erfahren, welche Gaben die Göttin der Liebe und des Wohlstands für euch hat. Alle meine Horoskop-Angebote warten auf meiner Homepage und die verlinke ich hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die Sterne im Juni zeigen, dass wichtige Entwicklungen für euch anstehen oder bereits im Gange sind und die haben häufig mit Partnerschaften und Begegnungen zu tun. Die Schicksalsanzeiger Mondknoten aktivieren eure Beziehungsachse und das ist in diesem Monat noch ein letztes Mal der Fall, bevor sie sich weiter bewegen. Außerdem steht jetzt Glücksplanet Jupiter in eurem Partnerhaus. Das deutet auf wichtige Seelenpartner hin, die nun in euer Leben treten und durch die sich sogar besondere Wendepunkte ergeben können. Doch auch berufliche und finanzielle Themen werden wichtig. Der Vollmond im Schützen am 4. Juni beleuchtet diese Themen, zum Beispiel, welche Emotionen Geld bei euch auslösen kann oder vielleicht geht es auch um euer Selbstwertgefühl. Wenn ihr zu Vollmond gerne meditiert, solltet ihr das ruhig zum Thema machen, denn Werte, Geld und Liebe beschäftigen euch den ganzen Monat über immer wieder. Zu Vollmond könnte sogar ein Liebesdrama wegen Geld oder Eifersucht in der Luft liegen, besonders wenn ihr mit jemandem aus den Zeichen Stier, Löwe oder Wassermann oder einem anderen Skorpion liiert seid. Deshalb ist es wichtig, für euch selbst innere Ruhe zu diesem Thema zu finden, denn die Zeit rund um den Vollmond ist nicht günstig, um heikle Finanzangelegenheiten anzusprechen. Am nächsten Tag beginnt die Venus dann ihren langen Transit durch den Löwen und bringt ihre attraktive Energie in euren Karrierebereich. Ihr könnt beruflich glänzen und euch im besten Licht darstellen und in Präsentationen andere von euren Projekten begeistern. Passt nur auf, dass ihr dabei nicht zu herausfordernd werdet, denn auch Mars und Lilith sind mit von der Partie. Spürt immer wieder hinein, ob eure Zuhörer oder Gesprächspartner noch bei euch sind. Ihr solltet auch vorsichtig damit sein, Liebe und Beruf miteinander zu vermischen. Ein heißer Flirt an eurem Arbeitsplatz ist natürlich spannend, passt aber auf, dass ihr nichts tut, was eurem Ruf schaden könnte. Wenn ihr Interesse an einem Kollegen oder einer Kollegin habt und das auf Gegenseitigkeit beruht, dann trefft euch lieber außerhalb der Arbeitsräume. Falls sich daraus bis zum Herbst mehr entwickelt, könnt ihr es immer noch offiziell machen. Für eure Herzensprojekte brennt ihr jedoch in der Zeit mit großer Intensität. Ihr wollt einen Bienenstock auf eurem Bürodach einrichten oder euch finanziell an einem Frauenhaus beteiligen. Der Sommer ist die Zeit, in der ihr Investoren und Sponsoren auch von schrägen Projekten überzeugen könnt. Euer Herrscher Pluto wechselt am 11. Juni für das restliche Jahr zurück in den Steinbock. Und falls ihr in den letzten drei Monaten sehr viel Unruhe und Hektik in eurem Familienbereich oder eurem privaten Umfeld wahrgenommen habt, wird hier erstmal wieder mehr Ruhe reinkommen. Gerade wenn ihr frühe Oktoberskorpione seid, liegen vielleicht turbulente Wochen hinter euch und jetzt bekommt ihr sozusagen eine Verschnaufpause bis zum neuen Jahr. Zum Neumond in den Zwillingen am 18. Juni könnte es bei euch um Verträge oder andere Formen von Verbindlichkeiten gehen. Wenn ihr hier etwas in eurem Leben ändern oder etwas in euer Leben ziehen möchtet, zum Beispiel den richtigen Mietvertrag, dann kanalisiert die Energie in einer Neumond-Meditation. Es kann sich lohnen. Mit der Sommersonnenwende am 21. Juni bekommt ihr bis zum Monatsende fantastische und unterstützende Aspekte. Denn dann geht die Sonne in den Krebs und aktiviert euren Lebensbereich des Fernwehs, der Sinnerweiterung und des Optimismus. Vorsicht nur vom 19. bis 29. Juni, da seid ihr schnell gereizt und werdet ungeduldig. Und gerade dann dürft ihr euch nicht hektisch machen lassen und dadurch unachtsam werden, denn die Verletzungsgefahr ist dann auch deutlich erhöht. Achtet hier gut auf euch, gerade bei Reisen oder sportlichen Aktivitäten und lasst euch nicht unter Druck setzen. Zum Ende des Monats wechselt dann auch Denker Merkur ins Zeichen Krebs und ihr könntet spontan zu Weiterbildungen oder sogar Vorträgen eingeladen werden. Das waren eure Tendenzen für den Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Mit dem wichtigsten Vollmond des Jahres in eurem Zeichen startet ihr in den neuen Monat und auch sonst wird es intensiv und feurig. Bevor wir uns das genauer ansehen, habe ich hier noch eine wichtige Info für euch. In eurem ausführlichen Monatshoroskop deute ich liebevoll die kosmischen Tendenzen eures Sternzeichens und des Aszendenten. Weitere Einblicke in die kosmischen Einflüsse auf eure Planeten wie den Mond findet ihr in einem persönlichen Horoskop als Beratung oder als PDF. Angesichts des neuen mächtigen Venus-Transits lade ich euch zum Venus-Horoskop ein, um zu erfahren, welche Gaben die Göttin der Liebe und des Wohlstands für euch hat. Alle meine Horoskop-Angebote warten auf meiner Homepage und die verlinke ich hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Juni geht es für euch ganz viel um eure Beziehungen und eure Partnerschaften, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Achtet gut darauf, welche Themen von wichtigen Menschen in euer Leben getragen werden und beschäftigt euch damit. Am 4. Juni findet am frühen Morgen der Vollmond in eurem Zeichen statt. Falls ihr die Muße habt, euch auf diese Konstellation einzustimmen, dann geht doch vor Sonnenaufgang hinaus in die Natur, vielleicht auf eine Erhöhung oder in den Wald und öffnet euch hier um 5.41 Uhr für die maximale Mondenergie. Doch auch alle Langschläfer, die vielleicht noch eine Runde mit ihrem Schatz kuscheln, brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben. Die Energie wirkt den ganzen Tag. Für euch ist der beste Moment des Jahres, um Zeit mit euren Liebsten zu verbringen. Ihr seid voller Tatendrang und wenn ihr den Tag dazu nutzt, sowohl Zeit mit euch selbst als auch mit euren Herzensmenschen zu verbringen, dann habt ihr alles richtig gemacht. Vor allem, weil eine wichtige kosmische Entwicklung ansteht, die euch ganz sicher nicht kalt lässt. Einen Tag später, am 5. Juni, beginnt Liebesgöttin Venus ihren langen Transit durch das strahlende Zeichen Löwe. Und ihr werdet, ihr seid ja selbst ein Feuerzeichen, von dieser Energie super profitieren. Bis in den Oktober hinein bildet die Göttin unterstützende und inspirierende Aspekte zu eurer Sonne oder auch zu eurem Aszendenten und wird euch dabei helfen, euren Geist zu erweitern und neuen Sinn in eurem Leben zu finden. Und das kann eben auch durch eine neue Liebe geschehen, der ihr vielleicht auf einer Reise begegnet. Euer Fernweh wird nämlich geweckt und ich wünsche es euch von Herzen, dass ihr in den kommenden Wochen und Monaten möglichst viel Zeit beim Reisen oder anderen Abenteuern verbringen könnt, die euren Horizont erweitern. Zum Beispiel ein Abenteuerurlaub mit euren Lieblingsmenschen oder eine spirituelle Reise zu einem Guru, den ihr schon immer mal live erleben wolltet. Am 11. Juni wechselt Pluto für das restliche Jahr zurück in den Steinbock und verlässt damit erstmal wieder euren Lebensbereich für Kommunikation und Lernen. Konntet ihr in den letzten drei Monaten spannende neue Themengebiete erschließen oder habt ihr einen anderen Zugang zum Thema Sprache entdeckt? Ich könnte mir zum Beispiel bei euch gut vorstellen, dass ihr begeistert mit Chat-GPT experimentiert habt. Vielleicht flaut jetzt die Begeisterung wieder ab, doch im kommenden Jahr werdet ihr wieder Feuer und Flamme für neue Formen der Kommunikation sein. Der Neumond in eurem Partnerhaus Zwillinge am 18. Juni ist der perfekte Zeitpunkt, um neue Samen für eure bestehenden oder auch gerade begonnene Beziehungen zu legen. Falls ihr Single seid und auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft, ist das wohl einer der besten Tage des Jahres, um eine solche zu manifestieren. Denkplanet Merkur befindet sich auch in den Zwillingen und ihr könnt gut eine Liste erstellen, was ihr euch von einer Partnerschaft wünscht. Auch wenn ihr in einer festen Beziehung seid und gerne das ein oder andere Thema ändern möchtet, schreibt es auf. Und zwar am besten handschriftlich. Dann wirbt es nämlich stärker und zwar immer in positiven Sätzen. Für neue geschäftliche Beziehungen oder falls es im Umgang mit Kollegen haken sollte, ist diese Methode übrigens genauso hilfreich. Mit der Sommersonnenwende am 21. Juni geht die Sonde in den Krebs und aktiviert dann den Bereich eurer festen Beziehungen und Verbindlichkeiten. Freut euch auf innige Momente mit eurem festen Schatz. Gleichzeitig kulminiert die kosmische Feuerenergie im Löwen und kann euch unglaublich pushen und auch ungeduldig machen. Aber ihr könnt andere auch mitreißen mit euren abenteuerlichen Ideen und wünschen. Achtet nur darauf, dass ihr dabei mitbekommt, was eure Herzensmenschen ihrerseits brauchen und wünschen. Dann könnt ihr sehr schöne, schwungvolle Zeiten erleben. Das waren eure Tendenzen im Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Trotz Beginn der Ferienzeit habt ihr beruflich offenbar noch eine Menge zu tun. Gleichzeitig ist eure Kreativität super angeregt. Aber das Thema Liebe, Flirt und Beziehungen hält euch auch in Atem. Das schauen wir uns alles gleich näher an. Vorher habe ich noch eine wichtige Info für euch. In eurem ausführlichen Monatshoroskop deute ich liebevoll die kosmischen Tendenzen eures Sternzeichens und des Aszendenten. Weitere Einblicke in die kosmischen Einflüsse auf eure Planeten, wie den Mond, findet ihr in einem persönlichen Horoskop, als Beratung oder als PDF. Angesichts des neuen mächtigen Venus-Transits lade ich euch zum Venus-Horoskop ein, um zu erfahren, welche Gaben die Göttin der Liebe und des Wohlstands für euch hat. Alle meine Horoskop-Angebote warten auf meiner Homepage und die verlinke ich hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Spürt ihr schon die Wirkung von Jupiter in eurem fünften Haus der Kreativität und Lebensfreude? Also ich als Steinbock merke das ganz deutlich. Ich möchte am liebsten nur noch das tun, was mir Spaß macht und muss mich echt zusammenreißen, meinen Pflichten nachzukommen. Und die Disziplin besteht dann darin, meine kreativen Energien in meine Arbeit zu lenken. Geht es euch auch so oder trennt ihr Arbeit und Kreatives, zum Beispiel indem ihr einem privaten Hobby nachgeht? Jedenfalls wäre es toll, wenn ihr im Juni genug Luft hättet, um Herzensprojekten nachzugehen und eure freie Zeit zu genießen. Es geht jedoch auch einige Energie in euren Job und euren Arbeitsalltag und ihr müsst schauen, wie ihr die Zeit zwischen Vergnügen und Pflichterfüllung aufteilt. So mancher Steinbock hat wahrscheinlich auch eine heiße Affäre am Laufen, denn ihr habt zurzeit ein wahnsinns Charisma und eine große Abenteuerlust. Da geht also was. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, haltet die Augen offen und mischt euch unter die Leute. Ihr könnt den ganzen Juni über echt toll jemanden kennenlernen. Der Vollmond am 4. Juni im Schützen aktiviert euren beruflichen Bereich, aber die Venus in eurem Partnerhaus steht gleichzeitig sehr leidenschaftlich. Mein Tipp wäre, dass ihr an diesem Wochenende keine Arbeit mit nach Hause nehmt, sondern euch euren Beziehungen widmet, denn da liegt ganz viel Erotik in der Luft. Aber wenn ihr euch nicht kümmert, könnte euer Schatz auch sehr eifersüchtig und enttäuscht reagieren, besonders wenn ihr mit jemandem aus dem Zeichen Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann liiert seid. Am 5. Juni beginnt die Venus ihren langen Transit durch den Löwen bis zum 9. Oktober und dabei aktiviert sie den Bereich eurer festen Beziehungen und eurer menschlichen wie auch finanziellen Verbindlichkeiten. Euch steht dann eine sehr intensive und innige Zeit für eure festen Beziehungen bevor, aber wenn ihr euch streitet, dann auch gleich heftig und dabei kann es ums Geld gehen. Heikle Finanzthemen sind jetzt im Grunde schwierig bis Anfang September. Auch wenn ihr neue finanzielle Vereinbarungen eingehen oder Käufe tätigen wollt, fällt es euch wahrscheinlich schwerer als sonst, nüchtern und sachlich an die Sache heranzugehen. Am 11. Juni geht Pluto nochmal zurück in den Steinbock und zwar bis Januar 2024. Ihr dürft dann Transformationsprozesse abschließen, die noch offen sind. Das gilt vor allem, wenn ihr in den letzten Tagen des Steinbocks Geburtstag habt. Am 18. Juni ist Neumond in den Zwillingen und der lenkt die Energie in eure Gesundheits- und Alltagsthemen. Tatsächlich neigt ihr im Moment dazu, euch zu verzetteln und zu viel auf einmal zu wollen. Ihr könntet die Meditation nutzen, um euch darauf zu fokussieren, was jetzt und in den kommenden Monaten wirklich wichtig ist. In der zweiten Monatshälfte bilden sich schöne Heilungsaspekte für euer Familienleben. Ein länger bestehendes Problem kann an die Oberfläche kommen und alle Beteiligten sind bereit, gemeinsam eine Heilung anzustreben. Ihr könntet auch als Paar etwas für euch tun, zum Beispiel in einer Paartherapie und damit zur Heilung eurer Beziehungs- oder Familiensituation beitragen. Zur Sommersonnenwende am 21. Juni geht die Sonne in den Krebs und aktiviert eure Begegnungen, Sozialkontakte und Geselligkeit, gefolgt vom Merkur im Krebs am 27. Juni. Ihr müsstet euch dann schon zu Hause einschließen, um nicht spannende neue Leute kennenzulernen. Bei den Festliierten können Ende des Monats die Gefühlswellen nochmal hochschlagen. Dann besteht das Dilemma darin, zwischen den Bedürfnissen der festen Beziehungspartner und dem Wunsch nach persönlichem Vergnügen abzuwägen, wobei leidenschaftliche Konflikte und Versöhnungen möglich sind. Also ihr seht, der Monat kann heiß werden. Versucht euch nicht dagegen zu stemmen, sondern bleibt im Fluss und genießt es, so sehr ihr nur könnt. Das waren eure Tendenzen im Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr kreativen Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten. Wow, es geht los. Der Sommer der Liebe beginnt und die heißesten Konstellationen spielen sich in eurem Partnerhaus ab. Ein anderer Schwerpunkt ist euer Zuhause. Das schauen wir uns gleich genauer an, und zwar nach dieser Info. In eurem ausführlichen Monatshoroskop deute ich liebevoll die kosmischen Tendenzen eures Sternzeichens und des Aszendenten. Weitere Einblicke in die kosmischen Einflüsse auf eure Planeten wie den Mond findet ihr in einem persönlichen Horoskop, als Beratung oder als PDF. Angesichts des neuen mächtigen Venus-Transits lade ich euch zum Venus-Horoskop ein, um zu erfahren, welche Gaben die Göttin der Liebe und des Wohlstands für euch hat. Alle meine Horoskop-Angebote warten auf meiner Homepage, und die verlinke ich hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Euer soziales Leben ist schon seit einer Weile recht aufregend. Wahrscheinlich trefft ihr auf spielerischen oder auch ernst gemeinten Widerstand oder auf Leute, die euch irgendwie herausfordern und trotzdem kribbelt es auch. Findet ihr das eher anstrengend oder aufregend und faszinierend? Jedenfalls wird es im Juni und Juli noch intensiver. Wenn ihr bisher noch Single seid, habt ihr den Sommer über fantastische Chancen, eine prickelnde Affäre oder sogar Beziehung einzugehen. Außerdem aktiviert die Sonne in den Zwillingen eure Liebeslust und ihr wollt einfach Spaß haben und das Leben genießen. So auch zu Vollmond auf der Achse Schütze, Zwillinge am 4. Juni. Es würde sich anbieten, an diesem Wochenende etwas mit der Clique zu unternehmen und euch gemeinsam zu amüsieren, sei es draußen oder bei einem Spieleabend. Dabei kann sogar etwas geheilt werden, falls es irgendwo in euren Freundschaften einen Knacks geben sollte. Direkt nach dem Vollmond beginnt am 5. Juni die Venus ihren langen Transit durch den Löwen bis zum 9. Oktober und zwar bei euch im Partnerhaus, wo sie auch rückläufig wird. Das könnte euer Liebesleben ganz schön aufwirbeln. Jetzt im Juni trifft sie sich dort mit dem leidenschaftlichen Mars und der wilden Lilith. Deshalb wundert euch nicht, wenn ihr Menschen begegnet, die euch aufregen und mit denen ihr vielleicht sogar streitet, wo es aber trotzdem prickelt. Vom 14. bis 24. Juni habt ihr sogar eine besondere Chance, durch ein Liebeserlebnis Heilung zu erfahren und euch tief verstanden zu fühlen. Auch wenn ihr euch gemeinsam mit anderen für eine gute Sache engagiert, kann das heilsam und erhebend wirken. Die Menschen spüren eure Tiefe und Sehnsucht nach Erkenntnis und fühlen sich davon sehr angezogen. Wenn ihr fest liiert seid, sprecht mit Partner oder Partnerin darüber, was euch bewegt und was in euch vorgeht. Für euer persönliches Erleben ist wichtig, dass sich Pluto am 11. Juni aus dem Wassermann wieder zurückzieht und ihr bekommt sozusagen eine Verschnaufpause bis Ende des Jahres. Das gilt besonders, wenn ihr in den ersten Tagen des Wassermanns Geburtstag habt. Reflektiert doch noch mal über die letzten drei Monate und was sich da in eurem Leben verändert oder euch innerlich bewegt hat. Eventuell hat das auch mit beruflichen Entscheidungen zu tun. Der Neumond am 18. Juni in den Zwillingen aktiviert, genau wie schon der Vollmond, euren Bereich der Freundschaften und weckt eure Lust, Spaß zu haben. Eine Meditation würde sich eignen, um über eure persönlichen Herzensprojekte nachzudenken, falls ihr nicht lieber mit eurem Schatz das ganze Wochenende über kuschelt. Beruflich geht im Juni erstmal alles seinen gewohnten Gang, aber das ändert sich dann mit der Sommersonnenwende am 21. Juni, wenn die Sonne in den Krebs geht. Wenn ihr dann nicht in Urlaub geht, könntet ihr in den folgenden vier Wochen im Job viel zu tun haben. Vielleicht müsst ihr sogar einspringen, um zu helfen, weil jemand aus dem Kollegenkreis erkrankt ist oder Unterstützung braucht. In eurem familiären Bereich zeigt Jupiter glückliche und erfreuliche Entwicklungen an, zum Beispiel Familienzuwachs durch ein Kind oder Enkelkind oder ein Umzug in eine schönere Wohnung. Andererseits steht dort auch Uranus, sodass sich diese Entwicklungen auch recht abrupt und unerwartet ergeben können. Aber Jupiter verheißt ein Happy End. Und Geld scheint auch vorhanden zu sein oder ihr bekommt finanzielle Unterstützung von eurer Familie. Gegen Ende des Monats könnte es allerdings etwas viel werden, was bei euch alles los ist, zum Beispiel eine Renovierung oder ein geplanter Umzug und ihr verliert vielleicht die Geduld. In der Zeit zwischen dem 19. und 29. Juni ist außerdem auch die Verletzungsgefahr erhöht, vor allem wenn ihr euch hektisch machen lasst und unachtsam werdet. Oder seid ihr abgelenkt, weil ihr von der Liebe träumt? Passt auf jeden Fall auf und fallt nicht von der Leiter. Das ist einem Wassermannfreund von mir unter diesem Aspekt schon passiert. Und ihr müsst auch schauen, dass ihr trotz des ganzen Trubels in eurem Zuhause eurer Verantwortung gerecht werdet und eure Zusagen einhaltet. Das waren eure Tendenzen im Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Seid ihr im Moment sehr eingespannt, was eure Familien und Verpflichtungen angeht? Kein Problem, die Sterne statten euch in den nächsten Wochen mit viel Energie und Kampfgeist aus. Doch bevor wir uns das genauer ansehen, habe ich noch einen Tipp für euch. In eurem ausführlichen Monatshoroskop deute ich liebevoll die kosmischen Tendenzen eures Sternzeichens und des Aszendenten. Weitere Einblicke in die kosmischen Einflüsse auf eure Planeten wie den Mond findet ihr in einem persönlichen Horoskop als Beratung oder als PDF. Angesichts des neuen mächtigen Venus-Transits lade ich euch zum Venus-Horoskop ein, um zu erfahren, welche Gaben die Göttin der Liebe und des Wohlstands für euch hat. Alle meine Horoskop-Angebote warten auf meine Homepage und die verlinke ich hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des Monats dreht sich wahrscheinlich viel bei euch um eure Familie, doch trotz aller Hektik würde ich euch raten, die ersten Juni-Tage für ein romantisches Date zu nutzen. Die Venus steht nämlich noch bis zum 5. Juni super günstig und macht euch verspielt und charmant. Der Vollmond im Zeichen Schütze am 4. Juni aktiviert anschließend den Karrierebereich eures Horoskops und danach fehlt es euch vielleicht an Zeit für romantische Sommerabende. Schon einen Tag später, am 5. Juni, haben wir den super wichtigen Wechsel von Liebesgöttin Venus. Sie geht dann in das stolze Zeichen Löwe und wird durch ihre Rückläufigkeit bis Oktober dort bleiben. Im Juni trifft sie sich dann erst mal mit Mars und Lilith. Da haben wir also eine ziemlich feurige Konstellation, die bei euch in den Bereich des Alltags und der Gesundheit fällt. Vielleicht wollt ihr dann öfter mal über die Stränge schlagen und aus euren alltäglichen Routinen ausbrechen. Auch im Joballtag kann das Aufregung mit Kolleginnen und Kollegen mit sich bringen. Oft ist es nur ein schmaler Grat zwischen einer leidenschaftlichen Diskussion und einem handfesten Streit, besonders wenn sich jemand im Ego angegriffen fühlt, was jetzt schneller als sonst der Fall sein kann. Doch Lilith erzählt mir, dass es auch eine tolle Zeit ist, wenn ihr euch für mehr Fairness und Gleichberechtigung in eurem Job einsetzen wollt. Das bringt euch Bewunderung und Respekt. In dieser Zeit mit den heißen Konstellationen gelingt es euch oft, ausgleichend und harmonisierend zu wirken. Und so wird man euch in eurem Umfeld, sei es beruflich, privat oder in der Nachbarschaft, vielleicht das ein oder andere Male zum Streitschlichten oder zum Vermitteln herbeirufen. In der Liebe könnte sich ein unerwarteter Flirt in einer ganz alltäglichen Situation anbahnen. Achtet mal darauf, wie schön der Alltag prickeln kann. Am 11. Juni wechselt Pluto für den Rest des Jahres zurück in den Steinbock und aktiviert nochmal euren Freundschafts- und Sozialbereich. Wie habt ihr die letzten drei Monate mit Pluto im Wassermann empfunden? Diese Phase war ein Vorgeschmack auf die Zeit, die uns ab 2024 erwartet. Und für euch bedeutet das vor allem einen intensiven Draht zum Universum und ein noch feineres Gefühl für eure Intuition. Rund um die Familie dreht sich wahrscheinlich vieles zum Neumond in den Zwillingen am 18. Juni. Wenn ihr hier Baustellen habt oder Themen, die euch belasten, dann ist die Energie an diesem Tag besonders gut geeignet, um in einer Meditation neue Impulse zu erhalten. Denkerplanet Merkur hält sich ebenfalls in den Zwillingen auf und kann für so manche gute Eingebung sorgen. Falls ihr mal etwas Besonderes machen wollt und vielleicht an diesem Sonntag schon früh auf den Beinen seid, dann fahrt doch noch vor Sonnenaufgang an einen See oder ein anderes Gewässer und nehmt die Energie des neuen Mondzyklus noch intensiver in euch auf. Um 6.36 Uhr ist der Neumond dann exakt, doch auch alle, die länger schlafen wollen, können sich noch den ganzen Morgen super mit dieser Energie verbinden. Am 21. Juni haben wir dann die Sommersonnenwende und den längsten Tag des Jahres. Die Sonne wechselt ins Zeichen Krebs und bringt eine wunderschöne Phase für euch. Ihr habt viel Spaß mit Kindern und jüngeren Menschen in eurem Umfeld und wenn ihr euch gerne künstlerisch betätigt, ist eure Kreativität geweckt. Bis zum 10. Juli habt ihr eine gute Zeit mit viel Humor und Spontaneität und tollen Einfällen. Ihr seid inspiriert, den Sommer zu genießen und viel Zeit in der Natur zu verbringen. Auch für eure Beziehungen, seien es feste Partnerschaften oder frische Abenteuer, ist es eine schöne Zeit, um gemeinsam etwas zu unternehmen und sich aneinander zu erfreuen. Das waren eure Tendenzen für den Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Und jetzt habe ich hier noch meinen Serviceteil für euch mit meinen nächsten Terminen und Infos. Es gibt schon ganz bald wieder einen Livestream, nämlich am 30. Mai und da geht es unter anderem um die Highlights und die kritischen Phasen des großen Jupiter-Transits und auch um den Vollmond am 4. Juni. Und da gibt es auch wieder ein Gewinnspiel, da könnt ihr ein persönliches schriftliches Horoskop gewinnen und dazu müsst ihr euch aus Datenschutzgründen vorher anmelden. Den Link zum Gewinnspiel findet ihr in der Videobeschreibung und den Shownotes. Schaut auch gerne mal bei mir auf Instagram vorbei, falls noch nicht geschehen. Da gibt es jeden Tag einen Post zum aktuellen kosmischen Geschehen und ihr erfahrt ganz detailliert, wann die Planeten wechseln und was die Mondin jeden Tag so treibt. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel des Monats. Aus gegebenem Anlass verlose ich diesmal ein schriftliches Venus-Horoskop als PDF, denn im Juni beginnt ja der neue große Venus-Transit. Und das ist ein sehr gutes Produkt, um zu erfahren, welche Gaben die Göttin der Liebe und des Wohlstands für euch bereithält. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und erzählt mir ein bisschen, wie die Sterne auf euch wirken und ob euch meine Horoskope was nützen. Und abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Und vergesst dabei auch nicht, das Glöckchen für die Benachrichtigung zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Passend zu den Konstellationen würde ich euch gern noch mein Video über den Lilith-Transit durch den Löwen ans Herz legen. Und Saturn steht auch stark. Schaut deswegen auch ruhig nochmal in den Beitrag über Saturn in den Fischen rein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.